Ach, Legoy, komm, lass mal vielleicht mal zum Minenjob fahren, weil vielleicht können wir da ein bisschen Geld verdienen. Weißt du auch mal, wie rumlaufen, du hast einen Wackelpudding auf den Kopf und ich hab eine Pizza-Head. Also, ich könnte mir vielleicht mal was Besseres vertragen. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Wobbly live mit Legoy. Ja, warum sagst du überhaupt... Ja, die erste Folge kam bei Ihnen, da seht ihr auch, wie wir die Outputs freigeschaltet haben. Okay, wir sind jetzt hier und Legoy, steht hier. Und stalk ich einfach alle Legoy über den F1-Modus. Nee. Komm mit. Okay, auf jeden Fall, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Minenarbeiter, wenn wir jetzt mal endlich weitergehen. Okay, wir sind jetzt endlich da. Und warum steht Danger? Seit wann gibt es eine Mini gefährlich, aber egal. Soll ich einen Job annehmen? Ich mache jetzt einfach... Mann, ist ja egal. Chill doch. Du kannst ja einfach rein. Oh, wir haben Dias. Und... Gut. Weil die Erze... Das sind sogar gut. Dias, wenn du... Also die weiße, was die haste, wie die Minecraft-Blau, ne? Und wenn du die findest, die bringst du so viel. Die ist so viel Uranium. Ja, aber nicht so viel Uranium, wie man gut schön im Hintergrund gesagt hat. Auf einer Seite ist es hilfreich, auf einer Seite ist es nervig, dass mein Problem im Hintergrund ist. Aber naja, was soll man machen? Mit 15 gebracht... Also... Das Uran... Das nimmst du lieber mit als Dias. Oh, komm, hilf mir! Ich... Ich kann... Hilfe! Gut. Hier müssen doch mehr Picken liegen. Oh nein, schaffen wir nicht. Verdammt. Nein, das Uranium ist nicht mehr da. Also sie sind immer die Erze random gemacht. Oh mein Gott, direkt die. Die hole ich direkt. Spreng du mal. Ja, spreng... Ich bring... Nee, das Uranium ist nicht immer da. Das ist nur manchmal bei da. Nee, es ist nicht. Aber du kannst ja mal... Du kannst ja mal die ganze Gänge auf jeden Fall ausspringen. Das bringt auch was. Oh, ist dann nur einer, aber der kann auch was bringen. Und wenn ich es mal aufs Förderband kriege... Oh mein Gott, ist dieser Brocken groß. Was? Hast du Dias? Oder Uranium? Okay. Was? Was? Oha! Wie krass. Okay. Hier nimm das. Die Beine am besten. Den Kleinen. Der ist wichtig. Oh, ich schaff's auch noch mit denen. Geh sofort nach hinten. Komm. Nein! Wir schaffen es nicht. Nein! Warum? Ey, das ist so dumm. Nein! Ich finde es stark, ne? Das ist nicht schön klar, dass ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Jetzt. So, wenn du ein Whispern, aber ich weiß nicht, ob ich dann... Nee, nee, ich bin ganz weit weg. Aber auch egal, ich muss mit dem Auto hinfahren. Okay, ich war doch nicht so weit weg. Okay, ich sammle Gold. Und ich... Okay, das Gold hier ist klein, kriege ich da oben ein großes Gold. Neben nicht. Das ist sogar noch... Ich nehme das mit und dann noch die anderen. Also auf jeden Fall will mehr als vorher könnten wir sogar... Nein, die ordentlich verdient. Ah, doch, wir schaffen viel mehr als vorher sogar. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir so viel schaffen, also ob wir allgemein mehr schaffen als diesmal. Kann sogar sein. Aber so krass ist die Chance, ist auf jeden Fall nicht wie vorher. Mann, ich lasse dieses Ding die ganze Zeit los. Warum haben wir einfach nichts hier, was wir brauchen können? Oh. Oh, verdammt. Komm, 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 komm. Nein! Nein, der war nicht drin. Ja. Wir lassen noch eine Runde oder wollen wir noch was anderes jetzt machen? Oh, einmal Gold haben wir direkt... Wir haben wieder zweimal Gold direkt am Anfang, was sogar gut ist. Hard twice. Du musst halt wirklich... Auffassen, dass du halt wirklich nichts falsch machst beim Obauen. Ich habe die ganze Zeit in letzter Runde beim Dynamitplatz hier die ganze Zeit was falsch gemacht. Ich habe das nicht in der Hand gelassen. Warum, weiß ich nicht, aber... Irgendwie hat es sich nicht geschafft. Bei TNT muss ich richtig aufpassen, wie das benutzt wird. Also... Oha, noch besser sogar. Okay, ich habe das nächste Gold abgegeben. Okay, beim Bier dürfen wir auf jeden Fall kein Spaß, ich möchte hier machen. Ja, mittelgroße, mittelgroße, also mittelgroße, ist für mich das gleiche bei dir, ist wie groß. Oh, ich habe hier noch mehr Gold gefunden. Ich baue gefühlt nur noch gefühlt Gold ab. Ich habe kurz gesagt, ich bin jetzt an Dias vorbeigelaufen. Das wäre jetzt schlimm gewesen. Oh, ich hoffe, ich habe bisher noch gar nicht verdient. Das ist halt wirklich gut. Ja, nochmal vielleicht mal probieren. Wir wissen inzwischen alles. Dias! Aber nur eins, aber es ist mittelgroß, ist es wenigstens gut. Ungefähr so groß, halb so groß wie mein Kopf. Ja, ist ja auch gut. So, das Gold... Ja, aber es ist dir, Ernst, ne? Das bringt uns auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, da kannst du mit, ähm, mit so T-Pads, also kannst du Pads vor euch halten, indem du so Kugel aus dem Tempel bekommst. Aber es ist ein bisschen komplizierter. Das habe ich auch. Oh, das ist schwer, das ist sau schwer. Das könnten wir aber in den nächsten Part bei dir vielleicht machen, oder? Na? Neues Fahrzeug. Ja. Können wir machen. Ja, aber hier gibt es auch kein ATM, was auch noch mal ein sehr schlechtes. Eins an einem Geschenk vorbei. Wo ich noch müssen, als an zwei sogar, und ich kann nicht schnell mitnehmen, wenn du willst. Ne, hier, schieß auch nichts. Auf der Seite war es, glaube ich. Was höchstwahrscheinlich auch. Und, da war es. Ich nehme es mir zu. Ja, auf der Ding. So, ich habe 50 Cash einfach gebracht, das ist die Overpowered. Und noch ein Geschenk ist auf dieser Windmühle. Wir müssen es festhalten. Boah, chill doch. Geht das chillpeln. Ja, wir. So. Okay. Ich habe 1, 2, 3, 4, 4, 5 Beutel und du hast auch 5, okay. Ich habe 322, warum hast du mehr als ich? Schau mal, ich erkennst, schau mal, kommst du mal her. Ich muss dir was zeigen, was du safe nicht magst. Und der, aber der ist süß. Ja. Ich kenne nur Dr. Auge von dem einfach. Ja, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir eine positive Bewertung da, abonniere den Kanal und das war's. Ciao. Ciao.